hallo freunde heute sprechen wir über weihnachten in schottland also schottland in schottland weihnachten sind die leute immer arbeiten gegangen erst seit 1958 wurde der erste feiertag als feiertag erkannt und die menschen hatten frei von der arbeit und 1974 erst wurde der zweite feiertag von der arbeit freigegeben heute haben wir beide feiertage frei und was essen die schotten gerne zu weihnachten also trutan sie essen gerne trutan kartoffeln und gemüse dazu und natürlich schottische whisky das ist dort wie wir bei uns hier ja gut leute und dieses lied dass wir jetzt hören werden ist ja ein sehr bekannter lied kennt ja fast jeder die melodie wenigstens aber in schottland und in irland gehört dieses lied auch unter anderem auch als weihnachtslied ja manche werden sich wundern werden sagen das ist unmöglich ist aber so ok leute es geht los ja so heute das so heute der hat er gekappt schrift so vergessem sein so Und jeder hat nicht mehr gedacht. Hör dann, sollte man halt der Bekanntschaft. Vergessen sein, lass es auf die gute Altenzeit. Auf die gute Altenzeit. Noch mal ein Dessert. Zum Halt und Trinken. 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 Lass uns auf die gute Altenzeit. Auf die gute Altenzeit. Noch mal ein Bisschen. Zum Halt und Trinken. Zum Halt und Trinken. Untertitelung des ZDF, 2020